Hallo und herzlich willkommen zurück bei Riding Star und wieder begrüße ich euch mit den wieder bekannten Worten A. Lange Aufnahmepause und B. Keine Ahnung, was ich zu tun habe und was ich als letztes gemacht habe. Deswegen gehen wir doch zu Pocky und starten einfach mal in das Spiel rein. Pocky ist ziemlich dreckig. Könnte sein, dass wir Pocky als letztes bewegt haben. Ich weiß es nicht, aber geben wir uns mal die alltäglichen Routinen des Putzens. Putzen! Wir bräuchten so eine Putzanlage. Was wäre das mal? Automatisiertes Putzen. Oh, da müssen wir aber noch gut was trainieren. Habe ich euch schon mal gesagt, wie sehr ich das schätze? Uh, sag mal, wir haben einen neuen Sattel. Ist der mir beim letzten Mal auch schon aufgefallen? Ernsthaft? Eine weiße Trense zu dem Baum? Das passt besser. Uh, weiß. Genau, so. Nehmen wir mal weiß. Das nehmen wir auch mal. Das sieht doch schick aus. Aber immer noch kalten. Na, lassen wir mal Naturbelassen. Schickst du nicht so aus, Pocky? Das sieht aus wie ein Schwimmbeinchen. Schick, schick, schick. Aber ich fürchte, wir müssen noch einmal hier Hüfelein machen. Habe wohl, weiß was. Das machen wir vorm Turnier. Das machen wir vorm Turnier. Wir gehen jetzt mal, äh, was ist hier? Ja. Kombination trainieren. Uh, war es schon mal abends, als wir hier trainiert haben? Ja, wir versuchen uns für das Dritte zu qualifizieren. Und ich hoffe, ich kriege das noch hin mit der Steuerung. Ja. So, wir kürzen mal ein bisschen ab. Aber nicht zu sehr, dass wir auch noch richtig zum Aussprung, beziehungsweise Absprung kommen. Ist ja keine Kombination, also kein Aussprung. Das ist aber tatsächlich unser, ja, das sollte ich bei einem Turnier nicht machen, ist tatsächlich unser Heimparcours. Da ist dieses, dieses, äh, Schloss, wo wir hier in den Beuten erinnern, erinnert ihr euch? In der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge. Eine von beiden. Da haben wir doch versucht, da hinzukommen. 5% Stamina, das hilft uns nur bedingt weiter. Ja, 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 heulig. Bäm. Da sollten wir vielleicht nicht so reinrasen, weil die sind doch sehr, sehr nah aneinander. Ich habe übrigens auch einige neue Pferdespiele ausgemacht. Das heißt, wir werden in der Zukunft eher weniger Probleme haben, Nachschub zu finden. Und zwei davon sind eigentlich endlos, eigentlich sogar drei davon sind endlos Projekte. Deswegen. Aber noch sind wir ja noch bei Riding Star zu Gange. Und wenn wir nicht gerade stundenlang versuchen zu trainieren, das war doch mal ein guter Sprung. Ähm, kommen wir auch gut voran. Oh, da hat er aber eigentlich, eigentlich angescheppert. Das muss weh getan haben. Können wir ja auch so, so ein bisschen querspringen. Das Problem ist, dann wird es hier eng. Da wollte ich einen viel zu frühen Absprung erzwingen. Oh, das war eigentlich viel zu nah. Und das ist eigentlich auch lebensmöde, was ich hier mache. So den Berg hinab scheppern. Ach, guck mal, da ist der Wunschbrunn. Und ins Ziel rein. Oh, ich sehe es noch. Wir werden die nächsten Folgen erstmal kein Turnier sehen. Guckt mal, wie viel wir noch hier machen müssen. Äh, lieben. Ich mache mal den zweiten. Und dann gehen wir einfach immer wieder zwischen den einzelnen hin und her, dass wir nicht, ähm, bei einem der Pferde bis zum bitteren Ende hängen, sondern so ein bisschen, ja, ein bisschen Abwechslung drin haben. Ich fände das sonst ein bisschen arschlangweilig, wenn wir jetzt erstmal stundenlang immer wieder den gleichen Parcours, den gleichen Parcours abweiten. Das muss, glaube ich, nicht sein. Nein, continue. Sieht es denn danach aus, als wären wir schon fertig? Junge, denk doch mal mit. Huch, da hätten wir beinahe die Fahne mitgenommen, so mit dem Knie. Das hat sich ja gescheppert. Ah, wird schon echt eng. Also, die Linienführung ist schon anspruchsvoller, was? Oh, da sollte ich mal aufpassen. Cool. Ey, ich bin gerade perfekt auf, ähm, auf die Linie zum nächsten Sprung gekommen. Das war mal eine perfekte Linie. Ho, ich lobe mich ja selten selbst. Also immer. Aber das war schon, äh, das war schon Schneeke. Und diese Zäune, die machen mich aggressiv. Also, die müssen eigentlich nicht sein. Hopp! Hopp! So. Nein, continue. So, die Frage, da ist der nächste Sprung. Ich versuche mal hier ein bisschen enger rumzukommen. Hier kann man auch noch mal ein bisschen. Das Problem ist, ich darf nicht zu spitz drauf zu reiten, weil sonst knall ich in den Zaun rein. Und das, äh, muss nicht sein. Ich kann immer ein bisschen zurücknehmen, weil bei der Zweifachen, da sollte ich jetzt auch nicht mit Vollspeed rein. Spinnst du denn? Du kannst mir doch nicht so ein, äh, so ein Dialogfeld mitten zwischen zwei Hindernissen reinpacken. Das ist wirklich... Bäh! Ja, ja, ich hab's gemerkt. Lieber Freund, ich habe es gemerkt. Da hätte ich auch ein bisschen spitzer reiten können. So wie hier. Hm, finnisch! Ich krieg gar keine schöne Musik. Das macht mich... Das macht mich irgendwie traurig. Hm. Ja. Ich werde jetzt aber... So. Um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, werde ich mal... Ja. Ach komm, ja. Gehen wir doch jetzt mal zu... Plötzi Plötzmann. Ich hab grad irgendwie Lust auf Plötzi Plötzmann. Ach was, der braucht ja nur noch Obedienz. Kriegen wir es auch beim... Training? Reiten wir doch mal eine Motivation 3 durch. Stimmt, da waren die Pirouetten neu, ne? Was brauchte ich denn hier für noch? Die Falltasten oder... B, A, S, D. Ich bin mir grad echt nicht mehr sicher. A, W, äh, Falltasten. Meine ich. D, 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 D. Bonanza? Sorry. Ich bin überhaupt nicht, überhaupt nicht kindisch. Ah, das war schlecht. Cool. Das find ich jetzt geil. Dieser Übergang zwischen... Das find ich cool. Das find ich cool. Ernsthaft. Das find ich richtig cool. Hammer. Oh, das gefällt mir. Ops. Ja. Sagen wir es so, das ist schon ein anspruchsvolles Spiel für die Motorik. Da kommt direkt die Passage. Also ich bin begeistert. Ich bin Fangirl. Auch wenn dieses... Dieses ständige... Ähm... Geputze und Trainiere... Echt auf die Nüsse geht. Also das find ich richtig cool. Nein, nein, nein. Komm. Komm. So. Ich glaub's nicht. Das macht sogar Sinn, dass wir aus dem versammelten Galopp in die Pirouette gehen. Auf die Hinterhand setzen. Und... Hilfengebung im Takt. 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 Okay. Ach ja, stimmt. Da... Aus irgendeinem Grund starten wir da aus dem Trab. Ich glaub ich hab schon mal wieder die... Ne, doch nicht. Ich dachte grad ich hätte die Spur verpasst. Wie beim letzten Mal. Achso. Ey, das verwirrt mich total. So. Jetzt aber. Das verwirrt mich so. Verwirrt mit Ö. Mit einem langen Ö. Einem ganz langen Ö. Dafür hab ich ne 10 bekommen. Obwohl ich viel zu früh angefangen hab. Uh, über die ganze Diagonale. So. Ich hab immer noch nicht den Rhythmus gefunden. Ganzhaft nicht. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hab ich dafür einfach zu wenig taktisches Gefühl. Das war ein verhältnismäßig guter Übergang. Warum wir aber aus dem versammelten Galopp in die Passage gehen sollen, das erschließt sich mir nicht. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Special Figure? Was? Ich hab grad gar nicht gelesen, was wir da haben. Irgendwas haben wir bekommen. So. Extended Walk. Okay. Einmal. Ups. Und dann geht's auch schon wieder in den Trab. 5% Power. Wir brauchen aber keine Power. Einmal durch die Halbe oder? Ich seh's grad gar nicht. Okay. Die ganze Diagonale. Special Figure Points. 10 Punkte. Geil. Dafür sicher nicht. Ach, guck mal. Jetzt geht's nämlich wieder rüber. Das heißt... Geil. Also das find ich cool. Diese Halb nach rechts, Halb nach links Traversen find ich cool. Dass die an sowas gedacht haben, find ich echt cool. Ups. Dass ich keinen einfachen Tempiepwechsel hinbekomme, ist... Ja. Temposwechsel. Temposwechsel, genau. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hab sie doch eben gelobt. Mit der Pirouette. Warum ich jetzt aus dem versammelten Trab rein soll, ich hab keine Ahnung. Es erschließt sich mir einfach nicht. Vor allem sah das grad ganz, ganz eigenartig aus. So, jetzt geht's aber hier lang und schon wieder eine Pirouette. Ich kotze gleich. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Das ist keine Hufschlagfigur. Ich wollte's nur mal anmerken. So, auf die Hinterhand setzen. Und völlig außer Takt rumklicken. Ja. Da war mein Pferd ein bisschen übereifrig. Wenn ich doch Obedienz so gut farmen könnte wie... Exitten wir mal. Und dann putzen wir nochmal. Vielleicht kriegen wir dadurch noch ein bisschen Obedienz. Jetzt müsste der eigentlich wieder drecklich sein. Ja. Dann einmal. Ob wir fürs Streicheln auch Obedienz kriegen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir grad total unsicher. Sehr strange, Range. Ach, Plotziplotz, Mann. Guck mal, ich mach dir sogar das Gesichtelein sauber. Und kratz dir auch alle Krusten vom Code. Bin ich nicht eine Nette. Ich bin schon ein Knorke, hä? Und warum krieg ich kein Obedienz? Bist so ungehorsam. Junge, Mädchen. Mädchen. Schenk mir Obedienz. Mädchen, sei getreu. Mädchen, sei gehorsam. Sei... Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Nein. Komm schon. Den anderen... Genau den wollte ich haben. Da wollte ich noch diese wunderschönen JPEG-Flocken raus. Die sehen aus wie so ein misslungener Pinsel. So ein Pinsel bei GIM. Genau so sehen die aus. So ein Texturenpinsel. Ich frage mich, ob die Entwickler es hinkriegen, um den Takt zu klicken. Ich... Es macht mich fertig. Aber immerhin kriege ich den richtigen... Treffe ich wenigstens den richtigen Hof. Immerhin etwas. Ne? Ja, komm. Ja, immerhin. Ich kratze die ganze Zeit an diesem Pferd rum. Und das Einzige, was ich bekomme, ist 5% Obedienz. Boah, ey, das wird noch... Das wird eine lange Reise werden. Feines Pferd. Feines Pferd. Kriege ich dafür eigentlich auch was? Und dann kriegt das Pferd dafür nur... Keine Ahnung, was... Ich weiß nicht, was das Pferd davon hat. Ich halte die Augen zu, dass das nicht ertragen muss. Ja, fein, ja, fein. Ja, was bist du ein braver... Ein braves Ding. Ein braves, braves, braves Ding. Keine Ahnung, was das bringt. Wir haben noch nicht mal irgendwas, was... Ja, in Richtung Happiness oder so. Noch nicht mal, das haben wir. Wir haben noch nicht mal, was wir haben.